Ich muss den jetzt Burgen überhalten. Das ist Pursuit now, Condition 3. Sideswipe in der Vehikel. I'm taking... Ja, Major Cursion, we're dispatched. Major Cursion, we're... Blink, stop, stop. Ja, did you see me? Sturm also. Da ist eine Straße gestra... Schlimm an der Punkt so ist, dass ich bei der Straßensperre gerade gar nichts berührt habe. Leider. Kuckuckuck. Gas... 2.5. 2.5. He's through the block, he's through the block. Alright, let's get on it. Give me everything you got this batch. Kumpen hier lang. Der ist unten rum, der ist unten rum, der ist... Jetzt sieht er mich ja. Da ist unten rum, der ist unten rum. Dann schreit mich ja. Der ist unten rum, der ist unten rum. Jetzt ¡Senseinsa Da ist los! Wir sind los, der ist bloß! ja jetzt werden die straßen sperren für mich das thema hatte ich schon mal wo krieg ich das mit dem berühren schnell hin ja ja jetzt krieg ich das irgendwie hin und da 35 oder wieviel waren das die ich da berühren muss ich glaube ja das schlimme an der sache ist dass ich ja 13 minuten dass wir durchziehen muss was also augen diese augen von mir gehen wir auf den sack so staats an der cover streife haben ernsthaft die suvs gerade nächsten zerstört also ich muss nicht da fahr ich jetzt mal vorbei muss ich zwar nicht 5.000 ich hatte mal 15 fahrzeuge an mir damals danke danke Okay. Nein! nein ich habe irgendwie nagelbänder was für was für meilensteine habe ich bitte wäre den ganzen da lang ich habe so einige meilensteine hat er gar nicht ernsthaft so tief einige meilensteine eine zeit lang nicht erreicht füllt nur noch die minuten im saal unseres kopfgeld jetzt gebe ich in dem punkt ein fick aufs fahrzeug berühren ich würde ja gerne wissen wenn man es schafft den helikopter zu zerstören wie viel kopfgeld das bringt das würde mich gerne mal interessieren die wir haben die 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 ... ... Okay, lassen wir das. Nein, 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 nein. Doch hab ich die Minutenzahl nicht voll. Hüpft, 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 hüpft. Ich habe sie gerade einfach mal die Spuren gewechselt. Das ist auch interessant. Die Minutenzahlen haben wir auch gleich. Oh, ich habe die Verwahl, ich habe eine Strafe begangen. Rücksichtslos, Rücksichtsloses Fahren. Erfolgungsdauer, Deutsch. Kopfgeld haben wir auch gleich, das heißt, ich kann, soll, so langsam die Autobahn verlassen. Wir haben ja alle Meilensteine durch. Ich habe mich von Kettin' in. Somebody, distract. 10-59. Ich werde ihn beim Kettin' haben, wenn ich eine Chance habe. Ich habe das Gefühl, jemand weiß, wer er? Ja, stand bei. Hallo. Das fand ich jetzt aber nicht so ganz nett, würde ich sagen. Und ich bin wieder auf der Autobahn drauf, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt verliere ich ihn. So, erstmal hier lang. Wie fahr ich denn hier? Da lang. Jetzt habe ich den Haley an mir. Danke. Danke. Na zu, ich will mich lang. Ich muss weiterfahren, weil der könnte jetzt... Ich bin ein Wettbewerb, auf der Kandendal Road. Ich habe eine Gunde, um ein Wettbewerb zu sehen. Ich habe eine Fertilung. Ich habe eine Fertilung. Das ist Charlie-29. Ich habe den E-Side. Ich habe die Mitglieder auf der Westen, die zu entfernen. Ich habe die Gäste. Das ist Charlie-29. Wir müssen den Quadraten. Ich habe keine Glück hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe die Gäste. Ich habe die Gäste. Ich habe die Gäste. Jeder ist auf die Räste zwischen dir und Racer. Keine Worte auf die Hype. Die Sache ist locker. Es gibt mehr Geld auf das, als jemand gesehen hat. Die Leute, wie bei Bayview, sind die Geld auf das. Ist das? In your favor. Take them out. Es ist Zeit! Bring yourself and that pathetic ride of yours to the location on the map. Don't make me wait! Okay. Da will ich sogar hinfahren, solange ich... NEIN! Solange ich jetzt durch die Cops nicht auf mich jage. Ja, ist ja auch kein Wunder, wolang du mich da schicken willst. Du willst mich, dass ich durch die Cops fahre. Und das will ich nicht, weil ich habe Level 5. Da bin ich sofort im... Bin ich sofort im Gesprächsthema. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was für Rennen er vorhat. So, ich fahre sehr vorsichtig, das sieht man. Das ist mir gerade mal wichtig. Ich bin auf meiner Spur, also hup mich nicht an. Warum hupst du? Oh! Radhaff, alter Dweck, sprint! Hund! Sprint! Are you ready to donate another car to the Razer Fund, baby? It's go time! Ah, stop! Stop! Der Letzte im Bunde! Razer mit meinem Vag! Ja, war ich schonmal schneller als du! Das nervige wird das Weckrennen sein. 296 Woran merkt man, dass ich eigentlich nicht so wie wirklich Razer mag? Ich habe nicht viel Nass. Das könnte ein bisschen gemein sein. Ja, damit habe ich mir dieses Radarrennen hier auf dieser kleinen Stelle versaut. Aber er macht harmlosere Stellen. Wie war das mit? Ich sagte, der nimmt harmlose Stellen. Ich glaube, der erste Wagen jetzt beim Razer. Und nein, ich nehme nicht die Abkürzung. Ich nehme das hier. 290 Razer, du Flasche! Damit habe ich dich doch jetzt schon erledigt. Radar durch! Wegrennen als nächstes! Und ich weiß nicht! Oh! Ist nur ein reines Aus, wenn... Dich... Och Gott! Wie soll ich denn da... ... ...